Wollen wir mal scha- Ah, jetzt gibt's hier wieder kein- Müssen wir wieder nach Benni Villa, ne? Eventuell. Damit wir nicht durch ganz Meng Billa durchlatschen. Ja, aber. Aber. Wir haben jetzt wieder einiges an Erfahrungspunkten. Eins würde ich trotzdem noch. Und bevor ich hier jetzt was mach, würde ich gerne mal zauberen, ähm, zauberen und diesen Fulminictus Donnerkeil. Den könnten wir doch mal ein bisschen steigern. Mindestens auf acht. Auf alle Fälle. Na, das wäre doch schon mal ein Anfang. So. Äh, ach so. Halt. Hier. So, Rüstowaff... Ach, hier ist das Muschelschild. Warte, warte, warte. Das wäre etwas eventuell für Naurim. Auf alle Fälle ist das was für Naurim. Bitteschön. Oh. Ach nee, zwei Hörntieber. Nee. Ist wieder durch. Nützt uns so viel wie... ...gar nix. Hier haben wir auch nix mehr. Neues? Ne. Okay. Sucht euch was aus, aber erwartet keine Meisterwerke. Nö, ich will ja nur... Ich will ja nur was verkaufen. Äh, ich will hier nur diesen... ...diesen Schild verkaufen und die echsische Orgs und noch diese Basiliskenzunge. Mehr... Mehr... Mehr mache ich doch nicht. Na? So, ja, denn... Ach ja, nee, Heiler. Ach so, Heiler. Ja, wir gehen trotzdem mal nach Benivilla. Ich weiß auch nicht, an den Ort hier habe ich mich gewöhnt. Ein bisschen. Ach so, jetzt... Aber dann denke ich immer an diesen... Ne, ich gehe doch nicht mehr nach Benivilla. Voron mit euch. Und mit euch. Ihr werdet zufrieden sein. Ja, jetzt gibt's hier wieder keinen Heiler, ne? Ei, 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 ei. Was ist denn? Warum Heilung? Das haben wir gleich. Oh. Nicht so... Nicht so barisch. Bezahlen doch dafür. Gutes Gold. Also. Ähm, ja. Und jetzt... Wollen wir noch mal schauen. Na, der Kopf der Grähen. Ach doch, Benivilla. Sieht's? Ich hab nicht... Ich hab da nicht geschaut, ähm, dass es blau ist. So. Dann auf nach Benivilla. Ja. Müssen wir da hier hin? Und? Hoffentlich. Äh, puh. Ja. Aber... Weißt du was? Voron mit euch. Wir suchen einen Geweihten. Irgendeinen? Der, den wir suchen, wohnt irgendwo außerhalb der Stadt. Dann muss es da ihr sein. Der Peraine Geweihte. Er lebt zurückgezogen auf dem Benesira-Landssitz. Ihr seid jederzeit willkommen. Ha. Haben wir ihn. Also, auf geht's. Zur nächsten Schlacht. Ja. Wo? Bitteschön. Hier? Nee, hier war ja die... Da war das Herz. Da war Imalko... Ach, gleich hier. Wie können wir euch helfen, Fremde? Wir suchen Tair, den Peraine Geweihten. Wir sind gekommen, um unsere Sünden zu beichten. Hm. Ich verstehe. Die Sache ist nur die... Tair sieht die Köpfe von Sündern gern auf diesen Pfählen. Schaut euch das an. Schaut euch die Wun... Ich muss Selbstbeherrschung... Ich muss Selbstbeherrschung nach oben bringen. Bevor ich den Kampf mache. Falls ich den Kampf jetzt verliere... Ja, dann mache ich Selbstbeherrschung nach oben. Dann hört ihr das, was ihr... Nee, ich mag... Ich sage es euch ganz ehrlich. Das Ding ist so lange, Blackguards, dass ich jetzt nicht Kämpfe wiederholen möchte. Na? Also, falls ihr das jetzt hört, dann ist es der erste Kampf. Ich werde euch dann immer sagen, ob ich zwei Kämpfe gemacht habe. Aber es hat wirklich... Das zieht sich dann nur in die Länge, wenn ich euch jetzt noch Kämpfe zeige, die ich verliere. Macht ja auch... Ich meine, das ist manchmal auch recht spaßig, aber... So am Anfang ist es ja ganz nett. Aber jetzt nett. Ja! Das sind vergiftete Klingen. Das sind... Oh Gott! Vor allen Dingen, schaut mal hin, wie die aussieht. Hm. 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 Was ist denn überhaupt? Vielleicht hilft uns das weiter. Ja, wir haben auch nichts zum... Ach doch, ihr... Vielleicht hilft uns das weiter. Ja, aber uns hilft eigentlich gar nichts weiter. Wir kommen mal gar nicht so richtig an den ran hier, ne? Hm. Na, pass auf. Ich geh mal hier hin. Mit meinem Freund Zwerg. Takati... Kommt auch nicht ran. Also geh ich mit Takati mal hier hin. So. Hm. Hm. Hm, 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 hm. So. Und du, du bist jetzt die große Meisterin. Denn du musst jetzt hier hin. Und bitteschön, den hier zur Raserei bringen. Ah, du schaffst das nicht. Dann bring den zur Raserei. Bitte. Der hat toll geklappt. Immerhin hat er den Gift widerstanden. Und schaut, der ist voll vergiftet hier. Volle Kanne vergiftet. Hm. 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 Sag mal, wie weit komme ich denn überhaupt hier hin? Hm. Pass auf. Wir sind mal nicht so. So. Du bleibst da hinten schön. Und. Genau. Aha. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt. Egal. Egal. Und wenn er fünfmal attackiert wird. Au. Ich hasse Gift. Ah, vergiftet. Schade. Ja, aber es nutzt. Es hat nichts genutzt. Wir müssen. Die. Die sind zu gut. Die sind wirklich zu gut. Ähm. 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 Der könnte jetzt den angreifen, ne? Was macht er? Was macht er? 60. Ne, nicht unbedingt. Nimm mal Finde. So für den anderen. Oh ja, noch nimm mal mit der Finde. Ich kann gar nicht hinschauen. Geht, 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 geht. So. Du. Hoff ich mal. Oh, 100%. Wer ist der nächste? Hohohohohohoho Das. Gefällt mir schon wieder besser. Ja, die hier machen mir Sorgen. Ja, was ist denn jetzt hier? Mach nochmal der Finde. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Ah, super. Naurin, du bist unser großer Held. Unser großer, großer Held. So, du gehst drin, dazudem. Nützt ja nix. So, und du probierst nochmal. Probier nochmal. Nee, nee. Das hier, die Raserei. Achso, 92. Na, du machst 92. Von mir aus. Ja, das gefällt mir noch besser. So, das gefällt mir jetzt alles super gut. Und wer müsste ein bisschen... Wer braucht Hilfe? Unser Zwerg, ne? Der Zwerg braucht Hilfe. Aber... Ich hab jetzt erstmal keine Hilfe zu bieten. Und dann... Setz dich mal mit dem hier auseinander. Indem du... Ach nee, verprobier mal diesen Filminictus. Ach, 96. Das ist nicht schön. Nimm lieber das. Achso. Nee. Nee, warte mal. Warte, 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 warte. Ach. Das hier müssen wir nehmen. Ja. Nein! Noch ist nichts verloren. Ach, der versucht jetzt hier... Und der ist aber schon fast tot, ne? So. Ach, das war der. Das war dieser. Ja, da komm ich jetzt nicht hin. Dann... Dann... Lieber... Ja, ja. Lieber den. Oh, 75. Nee. Gehen wir auf Nummer sicher. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. So. Aber hier... Da möchte ich doch... Egal. Jetzt müssen wir noch in die einzige Falle rein tappen, die es hier gibt. Gibt ja nur wirklich nicht viele, aber... Da rein tappen. 100%. Zack. So. Du, meine Freunde. Was machen wir mit dir? Du tappst wahrscheinlich in die zweite Falle rein. Nee, nee, wir... Ah, hatte ich nicht... Ich hab gedacht, da wirft ihn vielleicht um. Hab ich gedacht, vielleicht haben wir Glück. Naja, warte mal. Dann... Du bekommst jetzt eine volle Ladung. Und es sah nur 15, ne? Zwei wenige. Der ist tot, oder? Ja, da müssen wir durch. Da müssen wir einfach mal durch. Ähm... Wo ist denn der schon wieder hingerammelt? Hier unten denn? Eieiei. Ja, dann... Rammeln wir aber halt hinterher. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm... Was machen wir jetzt noch ein bisschen? Was können wir mit dir machen? Na, das nützt nicht viel, ne? Ähm... Was haben wir denn? Wir haben denn noch mal viel. Ein Angebot. Wir könnten... Dich umwerfen. Du willst aber nicht umgeworfen werden. Wen haben wir denn jetzt schon wieder verloren? Achso, nee, halt. Das war unser Freund. Der auf unserer Seite ist. Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Wenn ich jetzt hier raufgehe... Ja, ist... ...und unseren Zwerg wieder zum Leben zurückhole... ...wär doch auch was. Dreckiger Bastard! So, Zwerg. Nase. Geh mal hier hin. Und hier ran. Genau. So, was ist denn eigentlich jetzt... Der hier... Der hat nur mal so viel, ne? Dann nennen wir den gleich. Kannst du... Oh, nee. Schade. Schade. So, dann... ...gehen wir hier ran. Und hauen dem... ...volle Kanne einer... ...mit unseren Zweihänder drauf. Äh, nicht Zweihänder, sondern... ...mit unseren zwei Waffen. Und haben ihn vergiftet gleichzeitig. Sehr schön. So, kannst du... ...den brauchen wir. Ach, der kommt dann der hier her, ne? Hm, alles nicht so schön. Was ist denn, wenn du... ...hier hingehst? Triffst du dann? Ja. Und du triffst sogar gut. Ah, das ist blöd. Jetzt ist er natürlich gegen uns. Wir sind dann wahrscheinlich die Nächsten. Pass auf. Ich geh mal ein bisschen zurück hier. Oh, ziehen. Ziehen ist nicht schön. Oh, wie niederträchtig. So, dann gib ihm den Rest. Oh, 35 nur? Nee, dann... ...genau. Dann muss auch mal ein normaler Schlag hier halten. Ähm... Der ist ja noch voll aufgeladen. Aber der nicht. Dann nimm mal lieber den. Schön. So, dann... ...wenn deine Klinge... ...weiß ich jetzt nicht, ob die noch vergiftet ist, aber... ...dann vergiften wir gleich den Nächsten. Und du wär ja schön, wenn du hier unten wärst. Ah, das war doof. Ach, das war ja doof. Das war mehr als doof. So, ich glaub, das könnte was werden. Ich bin guter... ...Dinger. Zack. Was, nein? Ja. So, du... ...haust. Jawohl. Und du... ...haust. Ach, warum nicht? Und jetzt bitte den Rest. Und haben wir jetzt... ...haben wir jetzt eigentlich den Anführer geschafft? Oder nicht? Oder... ...wie... ...auch immer. Also... Ja, nehm ich alles. Nehm ich alles.